Herzlich Willkommen in Svens Kochstübchen. Heute sind wir in der Außenstation. Wir sind umgezogen nach Formentera, weil da müssen wir ja auch irgendwann mal hin. Und heute haben wir ein ganz besonderes Ding hier. Moment, Moment, ich komme jetzt dazu. Wir machen heute Pizza. Nicht wir, kleinen Moment Flo, bitte. Nicht wir machen Pizza, sondern Flo macht heute Pizza. Deshalb, ich bin gar nicht im Mittelpunkt hier, wir haben nur geschnibbelt, das macht nichts. Sondern im Rahmen von Svens Kochstübchen macht der Flo Pizza. Und da ist der Flo. Und das ist die Pizza Pizza. Das ist jetzt meine Kreation. Das ist Frutti Di Mare, würde ich mal sagen. Guckt euch das. So geht das hier. Wow. Das ist doch wirklich Pizza machen. So, so lieben wir das. Und das ist das, was es da gibt. Und da ist die Lustrunde. Da sind die Kinder, für die es die Pizza gibt. Guckt mal hier, alle da. Wunderbar. Ja, und ich würde sagen, wie immer, ich schwelte mich gleich wieder, wenn wir die Pizza rausholen. Und jetzt wird ganz, ganz lecker wieder.